Eine Fallschirmspringerin landete bei Neuhausen am Montagabend in einem Baum. Die aus Frankreich stammende Frau hatte offenbar die Windverhältnisse falsch eingeschätzt und war über ein Waldgebiet abgetrieben worden. Mit einem Hubsteiger der hinzugerufenen Werksfeuerwehr der LEAG konnte die Frau gerettet werden. Auch zwei weiteren Fallschirmspringern wurde der starke Wind zum Verhängnis. Nach harter Landung mussten sie verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden.